Was ist das Onkel? Ja, das ist Onkel, man. Onkel, Alter, bewegt deinen Hintern her. Los! Verdammt, ich muss wohl los. Los, Alter, zum Altersheim fahren wir. Los! Lass mich mein Auto parken, ich komm sofort. Scheiß auf dein Auto. Steig ein, Onkel, man. Warte mal, ich wollte auch noch den Hacker mitnehmen. Wir haben keinen Platz mehr, man. Sorry. Dammt, ihr sollt so arzt, ey. Was macht ihr wieder für Unsinn? Kein Unsinn, man. Wir fahren nur ein bisschen rum. Die Jungs haben mich einge... Oh mein Gott, was ist das? Dammt, der Scheiße. Was hast du in die Luft gegangen, Mann? Ja, Onkel. Ja, der Amt. Yo, Onkel und Ananas. Was? Ihr seid Geisel, Mann. Was? Doch, ein Geisel, Alter. Ihr seid Geisel, jetzt. Ich dachte, ihr habt Lollipops und so. Ich hab Angst um mein Leben, Mann. Ich hab Angst um mein Leben, Mann. Ich tue alles, was ihr wollt, Mann. Ja, komm. Wo hast du mich wieder reingerin, Mann? Scheiße, Mann. Tut dir nicht weh, Mann. Ich tue auch alles, was ihr wollt, Mann. Aber scheiße, Onkel, Mann. Was hast du gemacht, Mann? Warum hast du mich wieder hier reingerin, Mann? Das sind Bassteile, wenn sie was haben. Ja, aus meinem Hintern kann ich Musik machen, Mann. So ein Ding ist das. Ja, aber aus deinem Arsch kannst du auch wahrscheinlich eine Zigarette ziehen oder ausgleichen. Natürlich. Kann ich dir gleich zeigen. Okay. Hilfe, Hilfe, Officer. Hilfe, helfen Sie mir, Officer. Ich hab so Angst, Mann. Ah, helfen Sie mir, Officer. Ich kann Sie nicht hören, Officer. Bitte? Hört sich einmal Ihren Namen, bitte. Mein Name ist Ananas, sehen Sie doch. Ja. Ein Apple Dude Ananas. Ein Apple Dude Ananas. Bitte? Ein Apple Dude heiße ich. Der Ananas. Ihr kennt mich ja verdammte Scheiße. Ich bin jeden Tag mit euch unterwegs, Mann. Haben Sie Essen und Trinken genügt? Nein. Also, die Jungs haben hier auch kein Essen. Können Sie mir ein bisschen zu futtern geben oder so? Wenn Sie nicht gut behandelt, oder? Äh, einigermaßen. Wirst du gut behandelt? Also, die natürlich mit Watte stehen schön und so, aber die Typen sind okay, aber die haben kein Essen und Trinken und so. Wissen Sie, das sind arme Säcke und so, deswegen rauben sie die Bank aus und so. Wissen Sie, eigentlich, also die meinten zu mir erstmal, ja, wir machen eine Party und so und, äh, wir haben Lollipops und so, und so, und so weiter dabei, wisst ihr nicht? Und dann dachte ich mir, wow, auf Party habe ich immer, aber wissen Sie, und, äh, die haben mich dann mitgenommen und, äh, ich weiß gar nicht so. Echt, ne, ich weiß gar nicht so. Ich weiß es einfach nicht. Also, dann haben die mich mitgenommen und meinten, du bist jetzt, äh, ich bin eine Waffe in die Fasse gehalten und meinten, oh, du Scheiße, was war das? Ihr Kollege fährt wie besoffen. Ich glaube, der hat ein bisschen Alkohol in den Tost. Äh, haben Sie was zu futtern jetzt? Ja. Hallo? Was ist da? Äh, wir bräuchten Ihren richtigen Namen. Ja. Äh, dann kommen Sie kurz näher. Kommen Sie nur kurz näher. Nee. Kommen Sie noch einen dicken Stück näher. Näher könnte man sein. In diesem Scheren. Ja, ich kann sie auch. Der Name ist... Ja, das ist so mit. Okay. Und die erste Geisel? Wie war dein Name von dem? Ich kenne den gar nicht. Keine Ahnung, wie der heißt. 40, 60. Äh, haben Sie den nicht aufgeschrieben, Officer? Punkt, Ende aus Mickey Mouse. Haben Sie den nicht aufgeschrieben? 40, 60. Verdammte Scheiße, Mann. 40, 60. Aber Officer, haben Sie was zu futtern? Ich kratze gleich ab, sonst. Oh, heute würde ich überleben, Mann. Wir bräuchten noch mal von der ersten Geisel den richtigen Namen. Äh, ja, okay, äh, bin ich fertig? Ich war ja. Scheiße, Mann, dass du hier bist, Mann. Ich bin immer noch glücklich, Mann. Ja, ich hoffe, ich hätte nie gedacht, dass ich dich was anreden auf dem Museum. Scheiße, warum sagst du Versager zu mir, Mann? Verdammt, du weißt. Du bist mein Onkel, Mann, dann bist du dein Oberversager. Ja, bin ich auch. Verdammte Scheiße, sag doch sowas nicht, Mann. Wir sind Dullis, merk dir das. Oh, Mann. Brauch, aber wahr. Ja, ich hab so Angst um mein Leben. Nee, eigentlich nicht, das wär Erlösung. Dann müssen meine Ex-Frau nicht mehr sehen. Ach, du Scheiße, Mann. Wo ist denn die, wo ist denn die Olle? Hoffentlich in der Hölle. Scheiße, Mann. Hast du sie umgebracht? Nee, niemals. Das war ein Unfall. Du. Hast du sie umgebracht? Sie ist ausgerutscht. Von der Klippe. Du. Du hast sie umgebracht, Mann. Es war eine kalte Winternacht. Sie sah mir in die Augen. Und als sie's nicht erwartet hat, hab ich sie die Klippe runtergeschossen. Warum, Mann? Warum? Sie war noch... Sie war noch so alt, Mann. Sie wollte nur meine Kohle und mein Pferdeschwanz. Verdammt, Mann. Wieso, Rumpelmann? Ich bin so traurig, Mann. Verdammt, Mann. Warum? 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 Verdammt, Scheiße, Mann. Oh, Scheiße, Mann. Wieso, Mann? Wieso, Onkel? Wieso, Mann? Sie hat dich doch geliebt, Mann. Es ausverfickte Scheiße. Scheiße, Mann. Das Teil ist in meinem Arsch, Mann. Das will ich rausgeben, Mann. Ach so, jo, warte mal. Jo, nicht dagegen drücken, Mann. Okay. Es aus. Oh, Scheiße, Mann. Oh, Scheiße, Mann. Mein Hintern. Er ist verrückt. Er ist verrückt, dieser Geiselnehmer. Alex, der Kopfschmerzen ist halt der Kürzeste. Ach, Scheiße, Mann. Der hat gar geen Mitleid. Gar geen Mitleid. Scheiße, Mann. Warum warten wir jetzt? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Warum warten wir? Ich will doch nur gehen. Guck mal, ob er noch da ist. Jo, Penguin. Nein. Oder du raus mit der BF und ich mit den Heli ab. Ja, ne. Bro, können wir dich zu zweit in den Dings? Ich hab Angst. Ich werde so gefickt werden. Ach, du Scheiße, Mann. Eins, zwei, drei. Nö. Jimmy, das warst du dir dann. Eins, zwei, drei. Du willst doch auch das Geld haben, oder? Eins, zwei, drei. Gib mir die Hälfte, du Ei. Hey, Bro, ich geb dir gar nichts. Ich will nicht mit dir. Ihr habt mir jetzt die Hälfte, du mach ich's ab. Verdammt, Scheiße, Mann. Sie, sie... Ja, warte. Okay, sie schießen sich gleich gegenseitig ab, Mann. Oh, oh, oh. Ey, die haben drei Helichen. Ja? Die können mit Heli nicht jetzt kommen. Hey, Ananas. Ananas. Komm, 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 komm. Jo, 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 jo. Wir konnten fliehen, wir konnten fliehen. Wir konnten fliehen. Schirmen Sie, schirmen Sie. Wenn du jetzt nicht drück in die Band gehst. Okay, okay, ich tu alles. Herr Seng, Herr Seng. Ich, ich tu alles. Verdammt, wenn auf jetzt was geschafft, die Flucht fast. Scheiße, Mann. Verdammt. Das muss ja realistisch sein, Jimmy Marsch. Vielleicht das Letzte, was ich sehe, in Ananas ist. Scheiße, Mann. Und weiter. Du musst einen alten Mann sehen. Du bist viel mehr gefickt als ich. Ich, ich hab dich geliebt, Mann. Du bist mein Onkel, Mann. Ich. Du weißt doch, ich lieb dich, Mann. Yo, Ananas, perfekte Scheiße. Komm mit, komm mit. Ja, ja. Ich, ich verabschiede mich noch. Onkel, Mann. Falls, falls wir uns nicht wiedersehen, Mann. Ich liebe dich, mein Kleider. Nimm weniger Viagra und so, weißt du. Wenn wir uns nicht sehen, Mann. Es tut mir leid, Mann. Ich, ich liebe dich, Mann. Ich liebe dich, Mann. Ich liebe dich, Mann. Ah, okay, Mann. Okay, okay. Nein, Mann. Du gehst als Letztes raus zu deinem Kopf. Officer. Äh, äh, Officer. Oh, Ananas. Ja? Kommen Sie her. Ich hab so Angst gehabt, Officer. Ja, Officer. Wie geht's Ihnen? Ich, äh, ich hab... Weit gut? Ich hab Angst. Onkel? Aber wie komm ich nach Hause? Haben Sie Essen, Trinken, Gemühe? Äh, die haben Ihnen leider nichts gegeben. Können Sie mir was geben? Naja, kann ich sofort machen. Ich müsste Sie einmal, einmal kurz durchsuchen. Ja, durchsuchen Sie mich. Ihr kommt jetzt auf den Onkel an. Wenn der das jetzt klärt, dann komm ich hier weg. Jo, Onkel, hast du eine Karre oder so? Nee, wie denn? Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße, Mann. Das ist alles nur deine Schuld, Mann. Alles nur deine Schuld. Ja, meine Schuld. Verdammte Scheiße, Mann. Weil ich weiß, dass du mir von Arschlöchern überfallen werden. Danke. Verdammte Scheiße, Mann. Warum lässt du das zu, Mann? Und dann ziehst du mich noch mit rein, Jem? Aber was soll ich sagen? Ich hab vier Jahre in Jackie Chan geguckt. Weich jetzt von mir, ihr Arschlöcher. Verdammte Scheiße, Mann. Warum ziehst du dann mich halt mit rein? Wie, was zieh ich nicht mit rein? Verdammte Scheiße, Mann. Alles gut, die Erdbe. Ich will eine Anzeige machen. Ich will eine Anzeige gegen diesen Lüben machen, Mann. Ich kann mich auch nicht beruhigen, Mann. Verdammte Scheiße, Mann. Was soll dieser Scheiße, Mann? Es ist immer dasselbe mit diesem Onkel, Mann. Das hast du mal in einer anderen Stadt angefangen, Mann. Verdammte Scheiße, Mann. Ja, das ist super nett, aber dieser Onkel hat mir jetzt meine Lebenszeit geknoten, Mann. Wissen Sie?